Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Football Manager 2019 zusammen mit Micha und Jan. Hi! Hoi, hoi! Und natürlich spielen wir hier alle am Samstag 15.30 Uhr. Das ist mega, mega cool. Wir spielen alle gleichzeitig und wir spielen alle heim. Gladbach, also ich spiele gegen Augsburg. Die letzte Folge lief für mich nicht so gut. Hertha spielt gegen Schalke. Hertha hat letzte Folge 6 Punkte geholt. Aber natürlich gegen ein bisschen schwächere Mannschaften. Und wie er es selber gesagt hat, nur 1-0. Also das wird gegen Schalke vielleicht schwierig, sagt er selber. Krass. Und Werder Bremen hat letzte Folge gegen Bayern einfach gewonnen. Mal gucken, ob das gegen Frankfurt auch klappt. Würde mir weiterhelfen. Ja, von daher würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich habe gerade ein Problem. Mein Linksverteidiger, der eine ist ja verletzt, deswegen habe ich einen anderen spielen lassen. Und der hat jetzt eine rote Karte, also fünf gelbe. Jetzt habe ich zwei Linksverteidiger, die ich nicht einsetzen kann. Ich habe keinen. Das wird irgendwann dein Verhängnis werden. Deine viele gelben Karten. Was macht man jetzt da? Okay, und dann probieren wir es einfach so. Ich habe keine Ahnung. Das ist nicht so die beste Mannschaft, die ich hier aufstelle. Aber es geht leider nicht besser. Dann läuft es richtig krass. Ja, Mann. 1 zu 0 gegen Augsburg. Ja, nein. Kosten. Ich habe schon zu früh gefreut. Oh, nein. Vierte Minute für ich. Was ist da los? Komm, Mann. Der muss sitzen. Der war so schön. Wir müssen hier direkt die Führung ausbauen, so wie wir gerade spielen. Das nochmal hier so eine Problemstechnik-Kamera wiedergibt. Nein, 1 zu 1. Der Spacken. Was macht der denn? Ich weiß ja nicht, welche Minute ihr seid. Hä, was macht der Sommer? Ich bin der 24. 2 zu 1 jetzt für Augsburg. Augsburg hat das Spiel gedreht. Was macht mein Torwart? Schon zum zweiten Mal. Alter, ich verkaufe den. So. Ich nehme ihn. Das Tor für Schalke erzielt. Alter, ich verstehe es nicht. 3 zu 1 Augsburg. Nach nicht mal 15 Minuten. Abseits. Videoschiedsrichter in Gladbach. Videoschiedsrichter auch in Berlin. Und Tor aberkannt. Also 2 Abseits-Tore hier in diesem Spiel schon. So. Es gibt Elfmeter. Alles wieder. Trap. Für wen gibt es Elfmeter? Für mich. Oh, das ist gut. Ne, das bringt mir ja... Ja, das ist nicht schlecht, aber... 2-3 immerhin jetzt. So. Freistoß mal für Gladbach, denn es nichts geht. Abpfiff. Nächste Saison-Niederlage. Also ich bin mir nicht sicher, wann ich gefeuert werde und warum ich noch hier bin. Echt. Es macht... Es macht keinen Sinn. Ich habe so oft jetzt schon verloren. Wir stehen so, so schlecht. Verstehe ich nicht. Ich meine, ich will es ja nicht provozieren oder so. Und ich finde es ja auch nicht gut, dass wir die ganze Zeit verlieren, logischerweise. Ich habe mich immer gefragt, warum ich nicht gefeuert werde. Und ich glaube, jetzt ist es soweit. Jetzt? Also noch vor dem nächsten Spiel oder? Also ich habe jetzt ein Treffen mit dem Vorstand. Oh. Weil mein Stuhl gehörig wackelt. Ich habe gerade meine letzte Chance mit dem Vorstand ausgehandelt. Eieiei. Gegen wen ist die letzte Chance? Ja, die letzte Chance haben sie mir angeboten. Gegen FC Bayern. Sie erwarten in den nächsten fünf Spielen zwölf Punkte. Gegen wen spielst du in den nächsten fünf Spielen? Gegen Berlin? Und wenn nicht, dann ist es vorbei. Ich spiele gegen Schalke, gegen Berlin, gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg und gegen Bayern. Eieiei. Zwölf Punkte? Ja. Vier von den fünf muss ich gewinnen. Ansonsten bin ich weg. Alter, das ist unerwichtig. Ja, klar, es ist unmöglich. Aber sie haben mir das angeboten. Du musst ja gleich sagen können. Ja, hätte ich. Aber das ist ja voll dumm, weil ich will ja die Karriere hier nicht beenden. Weil dann am Ende werde ich nie irgendwo anders als Trainer angenommen. Und sie haben gesagt, dass ich das erreichen soll oder muss. Und dann war für mich die Antwortmöglichkeit gegeben. Danke, dass sie mir noch eine Chance geben. Ich werde mein Bestes geben. Oder, das klingt mir zu hoch, ich trete zurück. Und wenn ich zurückgetreten wäre, dann wäre ich jetzt ohne einen Trainerplatz da. Eieieiei. Wohin soll ich gehen? Dann kann ich einfach eine halbe Saison nicht mehr mitspielen. Wie soll ich das denn schaffen, Alter? Selbst wenn ich jetzt sage, dass ich vier Spiele von fünf gewinnen. Darunter Bayern, Schalke, Wolfsburg, Hertha, Frankfurt. Ey, was? Ja, Hertha ist ja jetzt wohl der Schlechteste von den Gegnern. Ja, du musst denken, ich muss jetzt vier Siege aus fünf Spielen holen. Wenn ich jetzt gegen... Wenn ich jetzt... Ich muss jetzt erstmal die ersten beiden gewinnen. Weil wenn ich jetzt schon die ersten beiden verliere, bevor ich gegen dich spiele, dann bin ich raus. Ja, du hast ja ein Sieg, eine Niederlage. Wenn ich Schalke verliere und gegen dich dann auch verliere, dann bin ich weg. Also du könntest quasi mein Schicksal besiegeln. Schalke gegen Gladbach. Das wird ja ein Ding jetzt. Ihr habt es ja gerade gesehen. Ja, wenn ich... Wenn ich es nicht schaffe zu gewinnen, dann sieht es für mich gar nicht gut aus. Wir haben hier ein bisschen was verändert. Wir spielen jetzt erstmal so, da meine Mannschaft immer in der zweiten Hälfte ein bisschen auftritt und in der ersten ein bisschen verkackt. Probieren wir jetzt in der ersten Mal eher so ein bisschen darauf zu gehen, das zu verhindern. Sagen wir es einfach mal so. Eigentlich wäre ich mit dem Unentschieden ja schon zufrieden. Andererseits würde das natürlich nicht reichen. Du darfst es nicht erlauben. Aber wahrscheinlich gehen wir hier wieder mit einer Niederlage raus. Das ist ja so oft so gewesen. Ich durfte auch zu den Medien noch nichts sagen zu dem Thema. Und das führt Schalke. Nach 20 Sekunden. Ja, was soll man dazu jetzt noch sagen? Übler Start. Ein Pass, eine Flanke, ein Kopfball, ein Tor. Nein. Aber es zählt nicht. Es wird nachgeguckt. Zählt nicht. Zählt nicht. Das gibt es nicht. Das war Abseits. Abseits. Natürlich absolut richtig. Stehen alle eine Reihe vor mir. Kann doch nicht sein. Bein Neu. Ich habe extra eine Taktik jetzt gewählt, die wirklich genau das verhindern soll, dass Schalke mir in der ersten Halbzeit Tore reinrückt. Weil wir immer in der zweiten Halbzeit haben wir immer besser gespielt. Und wenn es nur die zweite Hälfte geben würde, würden wir immer gewinnen. Ich kann dir ein bisschen Hoffnung geben. Ich sage nur das Spiel gegen Bremen. Ja, aber das hat jetzt schon dreimal hintereinander nicht geklappt. Ich habe immer in der ersten Halbzeit voll viele Tore kassiert. Jetzt habe ich meine Taktik extra so umgestellt, dass ich in der ersten Halbzeit dagegen halte und nicht Tore kassiere. Und jetzt steht jetzt hier 3-0 in der 38. Spielminute. Ich kann echt, warum drücken die Gegner bei mir immer so krass? Ich kann nichts dagegen tun. Das Spiel ist ja eigentlich schon so gut wie durch. Wie soll ich noch 5 Tore machen? Das wird schwierig, ja. Ja, das Spiel ist verloren. Das wird nicht anders laufen in den nächsten. Also ich werde mit Sicherheit nicht mehr als ein Tor schießen. Doch. Guck dir diese Affengesichter an. Was könnten die eigentlich? Geil! 13. Saisontor. Angreifen nicht, verteidigen nicht. Burgstaller macht ungefähr 8 Tore hier gegen meine Mannschaft. Du willst also auf den Regionalanstiegsplatz? Ja, ich bin. Ah, nice. Ich habe ja gesagt, je nachdem wie hoch ich verliere und ich schätze mal, dass 5-0 hoch ist. Wenn ich schon gefeuert werde, dann auf dem Regionalabstiegsplatz. Siehst du, jetzt kommen die gelben Karten nochmal. Da haben sie keinen Bock mehr. Jetzt die Frage, wird es zweistellig? Ich bin, also ich habe mich schon damit abgefunden jetzt. Das ist, das ist vorbei. Das ist, ich kann es nicht mehr retten. Dafür lief es so schlecht. Wie soll ich denn, ich muss, ab jetzt müsste ich theoretisch alle Spiele gewinnen. Gegen Berlin, gegen Wolfsburg, gegen Frankfurt und gegen Bayern. Mike, ich brauche einen Sieg, wenn du sowieso schon, äh... Mann, drück einfach weiter und lass mich in der Rüge machen. Wollen wir nicht Abbot machen? Ne, kein Bock. So, Leute, das war's dann hier von der heutigen Folge. Schaut auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Unbedingt natürlich auch auf meinem Kanal. Keine Eigenwerbung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gefeuert werde. Denn, äh, meine Jobsicherheit steht momentan bei 22%. Mein Wettbewerb ist bei 14%. Ähm, und ich müsste theoretisch jetzt alle vier Spiele meine nächsten Spiele gewinnen. Und nächste Folge spiele ich gegen Jan. Ähm, ja, wenn ich da schon mal nicht gewinne, dann ist es eigentlich schon besiegelt. Also Jan kann in der nächsten Folge mein Schicksal besiegeln. Bei den anderen unbedingt aber trotzdem auch vorbeischauen. Ähm, das wird nämlich sehr interessant, was hier alles abgeht. Bei mir gibt's noch Pokal zu sehen. Pokal gibt's bei Michael auch, ja, das stimmt. Äh, der hat, äh, nächste Folge sogar drei Spiele. Also, wie gesagt, wird's sehr interessant, freut euch drauf. Dann würde ich sagen, hau da rein. Bis dahin, lasst mir das Video da, wenn's dir gefallen hat. Und, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank.